kristin ja ich auch wo ist tot ich sehe kein von glaubt ich immer das gold was hier tut hier kein Tod das ist auch der Ansage dafür scheiße hier sind aber der Lecker ja noch verlässt er sich einmal auf dich und schon ist man verlassen das machst du jetzt schon ja schießt die falle noch in den arten als ob er nicht schon ramponiert genug ist er soll das bootlux aussetzen was geld wurde zum jahr ist wenigstens billiger weil ich es umsonst die Produzenten waren die generatoren oh ja so wie zum thema die sind zu faul hat er sich da ich kann die Blenden das ist ja gut irgendwas schießt da schießt doch irgendwo wo oder Prost nach ordentlichem nach ordentlichem nach ordentlichem nach der Zeit haben auch was so das ist ja sicher nein stirbt nicht lasse raus ich hab keine Marner mehr wie sie wenn es der Gefahr der Tod auf der Zunge gearscht sorry ich hatte Geld geklaut ja du hast mir immer das Geld ja gut nie darf nie darf habe ich Geld immer muss ich von den armsten da irgendwo ist der Tod drin ja glaube ich auch ja wir haben keine Marner was machen zu war links da ist der Tod gibt der Punkt eigentlich inwiefern ja glaube ich sie ist ja du hast genug oder 2 2 2 2 2 2 3 1 2 was ist 2 2 3 2 3 ich habe Geld gefunden aber 3 2 3 2 3 ich sehe auch kein Tod 3 3 3 ja so wie du mir das hätten so wie du das Geld wegfrisst Geld zählt nicht aus Nebel Geld zählt nicht aber Futter n n n Geld ist nicht lebensnotwendig nicht hier zumindest alles ist lebensnotwendig warum soll ich jetzt schon wieder warten warum weil ich es dir gebiete ich bin Gott nein du bist aber als ob ich auf Gott höre guck mal jetzt juhu guck mal wie viele Sachen sie schlagen hat ohne dass ich eigentlich die Ausweichstaste drücke ich drücke sie immer noch nicht huhu und in der Zeit kann ich nichts machen hallo 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 ich möchte aufhören wie es schlägt ich will aussteigen Uhr Scheiße sei wie sehr vorgekürzt wird jetzt auch damit Schluss Gott Gott uuuhu nein nein ich will das machst du da hör auf damit Schluss nein aus hui nein Gott sei Dank hast du auf es ist ja schlimm mit dir hier ja ich liebe es sich kaputt haben wir müssen hier lang glaube ich nein wir sind da dann kommt da sind doch Kisten ja da gibt es gleich ein Hammer dieser nicht da will da hin ich will da geht es nicht nach ich will da hin da waren wir dort auch noch mal da nicht sogar essen kann man auch nicht nach Hagen so kann man da nicht mehr ist es gibt so beschädigt weil es ist gebrochen ist das Stuttgart im Weg liegt hier längst lang hier woher kommen warum müssen wir hier mal immer daher immer wo du willst nie wo ich ja will weil ich nicht leihen kann ja ich hab schon mal bewusst naja komm her da haben wir noch vor und wer klingelt schon wieder meine Güte Bist du beliebt und mein Botoxofo und klingt schon wie klingelt schon wieder bis gleich warum röpst und furchtet ihr nicht hab soll ich nicht geschmeckt das Botoxofo hat geklingelt deswegen ich weiß du hast du röpst und dann während ich den Satz sagen schützt so wieder auf die Aufnahme der tut mir leid so bin ich doch ich bin gemein ja wort da und ich hab mich auf der Mieter ich weiß ich hab Humor die Käse ja es gehört roter 11 muss was ist nee er ist doch war hat der Toter Teleport die Teleport das Teleport das ist ein Checkpoint das ist ein Checkpoint das ist ein Checkpoint Teleport kann ich machen ich war mir nur mit einem 6 Jahr der nicht mehr vollboot ist oh verdammt die Gegner nur wenn man macht da auf dem Weg einfach alles platt was sie ist das ist das ist und du hast wahrscheinlich das ist schon wieder den das ist Geld Mann wo die jetzt mal der Klappe war nein naja lass mich zufrieden die Piraten weigert sich die Brücke herzu abzulassen dann muss man sie kaputt hauen muss man den halt mal unten in eine Fresse hauen Piraten warum wir auch Piraten die Piraten empfangen das ist ein Spiel mit Piraten das kann nicht schlecht sein und das ist auch nicht schlecht die 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 der der arme Piraten jetzt werden sie uns freiwillig die Brücke rumlassen glaube ich ja werden sie auch ja guck wie nett die sind wenn man sagt ja hier gibt es noch ein zwei sachen zu entdecken hilft wirklich dumm kracht gold ja gold mein gold diesmal hier geht es nicht weiter siehst du immer führst du uns in Sackgassen das ist zufrieden soll ich echt flucht der Karibik was war mein Mann mein Mann ja das ist ja gut dann nehmen wir uns vor dann 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 falsche Spiele dem 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 das ist auch das falsche Spiel ja das war Stamm und ich werde es werden und auf geht ja gleich der Tod kommt immer wieder am Punkt schon mal das war auch noch mal auf mit dem der Fraß auf der Scheibe heißt es wird auch nicht das ist das ist von Japan die Städte der Graz denn du ja das ist das ist der blende ich das über den Käse M. Mettner mit es wird tot die der Hälfte kein Tod der Wettbewerb auf Schiff Damm 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 das Schönen Bostock den Käse gemacht ich habe mir gehört dass du Hunger hast ja ich weiß nicht um dieses Lager ja wir können das ist das Leben ja und wurde das weiß ich noch hier ist eine golde Tor scheiß auf die Führer die hinter uns kommen die Rautoplappen machen er macht so eigentlich er macht flucht irgendwas auf Elfisch Mann die Woche wer so schlimm aber das war nicht mehr Sünde müsstest du nicht auch vernichtet werden Gott wo es sind wir hier gelandet auf dem geraden Schiff Rattete da ich blende euch das tatsächlich an Waffenverfassungen jetzt habe ich ein Lillanschwert boah und vor allem guck dir mal meinen riesen Schwengel an guck dir mal wie groß mein Ding jetzt ist und wie lila es leuchtet dann habe ich auch eine neue Waffe eigentlich jetzt gekriegt dadurch dein Schwengel ist größer geworden ich habe einen neuen Schwengel und er ist nicht aus Silikon ja es ist mein eigener Tatsache er ist aus Metall verdammt mein Kampfstachel für verabschieden der Ansehnung der Ernst der Ernst der Bieter doch beschreibt der die die Ernst der Ernst der Bieter auch der Nürnberg der Bieters die Massen das was kennt sich keine Lust was kann doch sonst machen angeben auch schmerz gut da auftrag des fachimus zu spüren ja ich bin nun hat einen schlag machst du direkt und so die ist auch nur mit vier eck drauf und das dauert ewig da mache ich einmal den hier dann habe ich schon geholfen was mir egal aber nicht ich habe keine Zeit für den Scheiß das soviel Scheiß wie ich will dass du das soviel Zeit wie ich will Zeit hast nur dass ich dich auf den Luftgehalt ich bin im Bau mein Geld ich hab ja auch mal bei mir geholfen BAHM Lerbe vorbei was mehr Gold ich habe mehr alt du stirbst noch das muss jetzt sein aber mann du hast schon wieder mehr ich habe mehr schaden eingesteckt extra für dich kombo meister tötung von 19 ich habe 13 generatoren geplattet yeah ich nur 2 ich schwächse immer und du haust du um wie sich jetzt schon zwei level über der kann es sein ja du hast sie mich haben ein wunder wenn du immer die geld macht ich kann auch nichts dafür nicht drauf haust wieso habe ich eigentlich jetzt kein du hast ein skill point nein habe ich nicht weiter kein level aber das glaube ich in dem level ja siehst du nur weil du wieder da habe ich jetzt kann ich mir jetzt das ist schon was da gibt ja und einmal weiße rechte Richtungstaste gibt nichts für um 200 ich weiß